Herzlich Willkommen bei Falzsimmelpark von Marno. Heute kriege ich mal das Fisch zu schnappen. Ich möchte sagen, wie ich den Fisch heute mal schnappen kann. Ich bin neunmal draufgegangen, wo ich das mal alleine nehme, was ich habe. Jetzt wirst du mich enttoppeln aus euch. Schleller! Mario, schneller! Hey du Arsch Mario, das Fisch ist gleich über alle Bärte. Nein, der ist schneller! Ich glaube es ist gleich über alle Bärte. Ich glaube ich kriege das Fisch da nicht mehr. Ich glaube der Mario wird drauf stehen. Hey Mario! Bist du schwer? Hast du viel Pasta zu essen? Ich schwöre. Mario ist so viel Pasta. Der Mario hat so viel Pasta zu futtert. Alter Mario, es ist nicht so viel Pasta. Und der Fisch ist weit! Na super! Und der Fisch ist weit! Versuch Nummer 2! Na mal meinen richtigen Part von Part 14! Kommst du her Yoshi? Baby Yoshi! Baby Yoshi! Baby Yoshi! Endlich du scheiß Baby Yoshi! Ich mache den Ernied nicht mal! Aber scheiß drauf, ich mache den richtigen Yoshi! Was? Ist das Papa? Was? Das Fisch? Das Fisch? Ey Jens, ich hasse das! Wenn ich die Eisblut verliere! Könnt du auch mal, ich kann so viel bezeichnen? Ja, nur wenn ich Zeit habe! Ich will das im roten Fisch schnappen! Weil der Mario ist so fett! Ich glaube der Mario isst nur Pasta! Und das hat ihn voll gemacht! Ja! Und das ist die Sterne schnappen würde! Dann würde ich mich über drinnen freuen! Ja! Als ob! Als ob! Als ob! Komm! Also so warte ich noch! Warte schon, es hat gelindert! Und ja! Und ich habe gedacht! Was ist jetzt los? Das ist, weil ich glaube ich schrie nicht habe! Ja! Ups! Das war das, was ich... Oh! Na super! Ich wollte springen! Und als ich dann springen, gehe ich irgendwie drauf! Aber egal! Ich schieße mich jetzt dahin, wo ich jetzt weiter mache! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Ey! Was mache ich? Nein! Ich habe keine Ahnung, warum die die Glendet hat! Ich habe mir gedacht, weil ich gerade nicht laut bin! Es ist ein bisschen witzig! Die Glendet, weil ich laut war! Aber Leute! Laut war ich da nicht! Vielleicht kann es auch sagen, wie hat die Glendet, weil ich laut war! Oder? Ich habe keine Ahnung! Hat die die Glendet, weil ich laut war? Oder warum nicht? Ich kann auch zeigen, wie hat die Glendet auch! Ich schätze, derjenige Mann, der die Glendet hat, der die Glendet hat, der die Glendet hat einfach geglindet und wollte mit meinem Vater schwänzen! Das heißt halt, ich war glaube ich nicht laut! Mama ist schon passiert! Ja, das macht der Assistent! Ich bin da jedes Mal drauf drin, dann habe ich verletzt, die Kamera aufzunehmen! Das andere habe ich schon aufgenommen, aber ich muss das alles zusammenschneiden! Der Assistent war so schnell, die glaubt, das ist ein Traum! Und dann mache ich dann noch einmal den Part 15! Ich mache ein bisschen Sinterpart! Oder? Und ein bisschen Sinterpart! Eher ein bisschen Sinterpart! Und ein bisschen Sinterpart! Und ein bisschen Sinterpart! Und ein bisschen Eher ein bisschen! Oder? oder? Ich überlegte, mache ich bis zu den 15er Part oder mache ich nur den 14er Part? Ich überlegte, schaue nach einem Video an YouTube und mache anders mal den 15er Part. Ich überlegte mir, dass wir gleich den Kampf haben. Und dann ist der Part vorbei. Warte, das machte ich gleich kaputt. Ich nehme die noch mit. Hey, friert doch an. Gibt es noch so kaputt? Naja, das ist an der Nächste. Das ist an der Nächste. Und gleich an der Nächste. Ich nehme die Nächste. Ich nehme die Nächste. Ich nehme die Nächste. Wau! Alter! Das ist schon schwer zu dannen. Ich glaube ich bin die gleiche mit den 16er Part. was passiert jetzt was passiert jetzt eigentlich wenn du gleich da und ist dann bin ich da mit dem park und macht und machen dann machen wir noch den 15 der park und danach schon wieder und youtube an shoppies out und schau